34 Kilo und die steigen. Die ganze noble Kuh, ein Rollfutterverzehrer par excellence, eine dankbare Kuh mit einer feinen Ausstattung, mit fast 7500 Kilo und sehr jung Kälblet. Wer macht diese Kuh noch mal 3500 Kilo? Wer macht 3500 Kilo? 3500 Kilo? 3500 Kilo? 3600 Kilo? 3600 Kilo? 3600 Kilo? 3700 Kilo? 3600 Kilo? 3600 Kilo? 3700 Kilo? 3800 Kilo? Jetzt müssen wir die Kuh hinnehmen, jetzt müssen wir reinnehmen! 3800 Kilo? 3800 Kilo? 3900 Kilo? 3800 Kilo? 3800 Kilo? In welchem Bauer tut das Herz nicht blüten, wenn er die Kuh weggeben muss? 3800 Kilo? 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 3900 Kilo? 3900 Kilo? 3900 Kilo? 3900 Kilo? 3900 Kilo? 3900 Kilo? Jawohl! Hut ab! Dankbare Note hier heute vom Platz! Dankbare Note! 940 um 4.000, um 4.000! 50er Note für eine Sonnepfanne fertig ist gut! Um 4.000! 940 um 4.000! Wenn du hier bekommst, hast du Glück, aber ich glaube nicht! 940 um 4.000 um 4.000! 4.000 ist gut! 4.000! Um 4.000! Um 4.000! 940 um 4.000! 940 um 4.000! Schau die Kuh an! Schau die Kuh an! Wo kaufen die Kuh für diesen Preis? 940 um 4.000! Um 4.000! Um 4.000! 4.000 Pakon! 4.000 Franken Botten! Weil er macht 4.000 und 50! 4.000 Franken! 4.000! Die werden deine Logo, weil du nicht erhielst! Die werden deine Logo! Ich bin nur je Mutter Frauenhalter, heisst das meine Frau! 4.000, 4.000 und 50! 4.000 und 41.000! 4.000 und 40.000! Er ist 6.000 Franken! 4.000 und 50! Gebotten, Achtung, Ateidion. Allora, allora, was ist so, Freunde? Viertusig und Pfiff, nein, wird kommt jetzt. Viertusig und Pfiff, gebotten, Viertusig und Pfiff. So, dritte Mal Viertusig und Pfiff, gewünscht dir, ganz wirklich.